Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne, Mills? Mit ohne. Stefan, hast du bei Facebook gesehen? Mein Patenzweck Eminem Aljoscha hat hier gestern seine Drohne steigen lassen, um Ankes Tanke zu fotografieren. Ist ja mal eine schöne Abwechslung. Ja, eben. Sonst steigen ja hier nur die Preise. Du bist doch nur neidisch. Wieso? Ich geh doch hier auch regelmäßig in die Luft. Ich sag nix mehr. Einmal die Vier und das Gericht des Tages. Lass mich raten, Anke. Drohnensuppe? Ich dachte, es gibt Bohnensuppe. Momentchen mal bitte. Stefan, du könntest neuen Dingen gegenüber mal ein bisschen aufgeschlossener sein. Okay, dann mach mir auch mal eine. Eine Bohnensuppe? Ja, dann lass ich gleich einen fliegen. Der hat kein Benimm. Also als Drohnen bezeichnet man auch die männlichen Bienen. Ich find's jedenfalls cool, dass mein Patenzwerg Eminem Aljoscha Tantes Tanke von oben geknipst hat. Da merkt man gleich, dass ihr verwandt seid. Wieso? Du kannst doch auch am besten von oben herab. Mach 4.240 Euro, sammeln Sie Jakobs beste Drohne-Punkte, haben Sie eine Flug-der-Karibik-Card oder sind Sie im Game of Drohens-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.